Wenn wir eine Runde weiterkommen sollten, ist es ein finanziell attraktiver Betrag, der aber jetzt keine Auswirkungen auf die neue Saison hat. Gibt es natürlich dann auch einen schönen Nebeneffekt, das ist die finanzielle Seite. Aber auch da muss man sagen, ist es ja nicht so, dass wir dieselben Einnahmen haben wie in den letzten Jahren im Pokalwettbewerb. Wir hatten dort Spiele im Achtelfinale in Dortmund, die ausverkauft waren, was natürlich nochmal zusätzlich zu den fixen Fernseheinnahmen dieses Jahr komplett auch wegfällt. Wenn wir eine Runde weiterkommen sollten, ist es ein finanziell attraktiver Betrag, der aber jetzt keine Auswirkungen auf die neue Saison hat. Sondern wir sind in der Situation, in der wir extreme Mindereinnahmen haben, wie alle anderen Klubs. Wir haben ein Heimspiel mit Teilzuschauern gehabt, den Rest der Saison sehr, sehr wahrscheinlich komplett ohne Zuschauer. Ich glaube, ihr wisst alle, was das für uns bedeutet und das hilft etwas. Und es ist dann in dem Bereich, in dieser Saison, eben wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, hilft das etwas, die Mindereinnahmen in dieser Saison zu verringern. Du hast ja gesagt, also 20 Millionen plus 20 Millionen sind schon mal 40 Millionen. Und das heißt ja nicht, dass wir dadurch dann komplett auch durch sind. Also wir sind durchfinanziert letztendlich, aber es sind ja erstmal Einnahmen, die uns fehlen, wo wir eben Kredite oder Geld uns leihen müssen. Und dann sind es auch weniger als 10 Prozent. Aber nochmal, ich möchte es jetzt auch nicht kleinreden, kleinreden, aber es ist jetzt nicht etwas, wo wir komplett die Einnahmeverluste in dieser Saison ausgleichen können. Aber es hilft natürlich, also jede Zusatzeinnahme hilft. Und da ist natürlich so ein Pokalhalbfinale natürlich ein Betrag, der uns mehr hilft als kleinere Summen. Und insofern würden wir das natürlich auch sehr, sehr gerne mitnehmen und würden auch gerne noch eine weitere Runde mitnehmen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.